Weiterer Spieler, der kommt, Justin Hekerin, Torwart, sehr, sehr junges Talent, 21 Jahre, aus der Regionalliga von Oberhausen. Kann ich allzu viel über den Spieler sagen, kenne ich einfach nicht. Ist ein großgewachsener Torhüter und hat eine Menge Spiele zu Null gespielt, war Stammspieler in der Regionalliga West. Kann wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass Ralf Fährmann eine Menge Gehalt verdient, vor allen Dingen auch eine Menge Prämien. Und man versucht, Ralf Fährmann jetzt aus dem Spielerkader zu bekommen für die Spiele. Dass er sich eventuell einen neuen Verein sucht, beziehungsweise dass er dann auf der Tribüne Platz nehmen wird, damit die Prämien da verfallen.